. 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 Eine Flange und rein zufällig hat es die Firmen eines Ringenwohnens. Ich habe ja ansonsten mit Sport und Fußball, weiß Gott, nichts zu tun. Aber heute grüße ich mal alle Sportbegeisterten und Fußballbegeisterten, die dennoch etwas mit einer Regenbogenflange anfangen können und diese befürworten. Ein schönes Geld zum Einkaufen, wie gesagt. Mal schauen, ob es jemandem auffällt. Regenbogenflange ist nicht politisch, ist nicht religiös, ist einfach ein Zeichen für Toleranz, für Vielfalt und für die Menschenrechte. Und von daher habe auch ich als langweilige Hete nicht nur kein Problem mit bunten Dingen und Regenbogenflangen, sondern finde die sehr, sehr gut. Und ich bedauere, dass es am Stadion heute meiner Mohl-Ähnliches nicht zu sehen gibt. Und das war es eigentlich schon, was ich sagen wollte. Und jetzt wird man weiter eingeschaut. Und hier habe ich jetzt nochmal den richtigen Tag herausgefunden. Dann kommen wir uns Fußballern und Fußballerinnen und Fußballerinnen und Fußballerinnen und Fußballerinnen und Fußballerinnen noch mal zu sehen können.